Ich bin der Onkel aus Amerika. Ich hab da was mitgebracht. Jetzt musst du sagen. Was hast du mir mitgebracht? Du musst sagen was zu mir. Ja auch. Was hast du mir mitgebracht? Du musst sagen was ich mitgebracht habe. Was hast du mitgebracht? Kaffeemühle. Jetzt mach weiter. Und dann gibst du den Satz direkt weiter. Dann musst du weitergeben. Ich hab dir was mitgebracht. Ich hab da was mitgebracht. Ich hab da was mitgebracht. Ich bin aus Amerika. Jetzt musst du sagen was hast du mir mitgebracht. Ja. Ich bin aus Amerika. Ich hab da was mitgebracht. Ich bin der Onkel aus Amerika. Ich hab da was mitgebracht. Ja was denn? Ein Hula Hoop Reiser. Ich bin der Onkel aus Amerika. Ich hab da was mitgebracht. Ja was denn? Ein Hula Hoop Reiser. Hula Hoop Reiser. Ich hab da was mitgebracht. Hula Hoop. Ich hab da was mitgebracht. Ich bin der Onkel aus Amerika. Ich bin der Onkel aus Amerika. Ich bin der Onkel aus Amerika. Steig ein Onkel aus Amerika. Hula Hoop Reiser. Dein Murcher! Das hat ich gar nicht geschafft. Umso länger müssen wir zu. Ich bin der Unkel aus Amerika, ich hab da was mitgebracht. Ja, was denn? Ein Fahrrad! Die fallen doch gerne alle um die Augen, Scheiße! Ich bin der Unkel aus Amerika, ich hab da was mitgebracht. Ruhig! 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 Ich bin der Unkel aus Amerika, ich hab da was mitgebracht. Ja, was denn? Ruhig! 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 Ruhig!